Liebe Leute, hier ist eine Dragons AE mit einem Beyblade Dreierkampf und dies ist unser erster. Und es sind Fetus, Cyberpagasus und Dishorter, die jetzt antreten gegeneinander. Als erstes werden aufgezogene Dishorter und Fetus und dann kommt Cyberpagasus reingeschossen. Und dann kann es auch schon losgehen. Drei, zwei, eins, leider zu! Ja, der Dauer ist Cyberpagasus, der Rote ist Losata und der Dunkle ist Critus. Und Cyberpagasus wäre jetzt fast rausgeschossen. Ja, Losata wäre jetzt fast ausgeschieden. Ja, und Cytus hat gewonnen! Und viel Spaß und Tschüss!